Musik Unsichere und ängstliche Kinder schauen zu Boden oder zur Seite, lächeln schüchtern, lassen den Kopf und die Schultern hängen und zupfen mit den Händen an Kleidung oder Haaren. Selbstbewusste Kinder stehen platzeinnehmend im Raum, die Füße schulterbreit auseinander, ein Fuß ist etwas zurückgesetzt, die Schultern sind zurück und der Kopf hochgenommen. Dies vermittelt den Eindruck von Größe. Die Hände sind ruhig zwischen einem Selbst und dem Angreifer. Der Gesichtsausdruck ist ernst, sicher, es wird nicht gelächelt oder gelacht.